die dritte so habe ich den 36 alter schwede das ist gut man geht weiter für deines dorfs wollen schlug in den hokage drücke 4 3 zum beamen was ist das lichtfreie ach lichtfreie schalten meister von leben und tod der licht hat das potenzial eines mammuts jeder tötung gewährt dem licht dauerhaftes leben bis zu einer grenze dadurch ist er ein die dritte gewährt ah cool blichtkönig drücke maximaler lp in maximaler mp und zwar oha hier stärke bisschen zack bisschen leben noch oder ja geht schon passt moment zack zack so das ist geil der mächtige zauber 90 prozent sind es gehen ach so ja so viel weiter übrig bleibt und der 90 leben ja ja genau geht wir w w w Das war's. 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 Das ist verschwommen. Das war's. 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 Nein. Mein Gott. Wer hat die genau auf die Wiese drauf geführt? Nee, der gibt's nicht, ey. Wow, ha, ha! Ehypia! Boa, ha, ha! Hattest du raus, ey. Bluf! Bluf! Ich hab schon nicht gesehen. Es wird wohl nix bevor Ich muss mir die noch an denen sein und es hat Speed gewöhnen Hier ist auch nix, glaube ich Ach der war irgendwie gar nix drauf Ich muss mir die noch an denen gehen So, das habe ich, das habe ich nur noch rechts und unten lang Ui Ich überteile mich und boah 1200, das ist echt so schnell Oh mein Ach blatt Das gibt es doch nicht, ey Okay, ich glaube ich stopp mal hier den Stream Danke fürs Zuschauen und Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss zusammen Oh, was drückt ich denn da? Tschüss Hallo Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Schwebeite Und dann